also das andere Haus im ja jetzt kommen Zombies und Skelette mehr kommt nicht 360, jumping down the tower ja jetzt gelatten, richtig, das ist AP Oh, jetzt hole ich fast. Oh, mein Bogen. Oh, sorry, Olli, ich hab dich angezündet. Nein, ich hab keine Pfeile mehr. Komm, ich will noch diese Runde Level 7. Ja, ich kann mir welche holen. Ja, ich bin Level 7. Ich weiß es nicht, aber ich bin ja eh grad so ein bodenkämpferartiges Etwas. Ui. Ethisch. Man weiß es nicht. Oh, das ist ja ein Zombie. Schiert. Ich hab grad so ein Löffel dran. Wir würden eliminiert werden. Meine Pfeile werden nie weniger, weil ich immer unten Nahkampf mach. Let's go, motherfuckers. Ich leg mal ne Mine. Oh, wie cool. Das ist ein Walzer. Oder was. Ich will mal, dass die Datei ja Cruise drauf machen. Lass mal, lass mal so Skrillex drauf modden. Wenn wir in die Datei reingehen und dann ändern. Na, Mann. Du musst nur wissen, wo. Die Sounddatei dann ändern. Nee, Skrillex. My name is Skrillex. Skrillex. Ich will nicht. Jetzt geht's auf die Fresse. Dann hätten wir aber hier ganz schön viele Krater. Ja, dann könnten wir uns aber auch TNT machen, ne? Der kommt zu dir hoch. Ach, stimmt. Schade. Ich krieg gar keine Dings mehr. Äh, keine Pan. Ach, sind hier noch Äpfel. Äh, die Äpfel nehme ich mit. Ich hab 23. Oh, die verschnaufen. Pass mal. Die haben Gammelfleisch in der Hand. Da hast du dein heutigen Dönergeschäft schon erledigt. Schimlund. Ich setz mal hier einen Block Wolle hin. Den kann dann jemand nehmen, um sich da zu verbunkern. Hey, ich kann den nicht bauen. So, den. Ja, stimmt. Dann tue ich halt da hin, den kann sich jemand abbauen. Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Das ist jetzt nicht so. Du, 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 du. Ui. Ey, hast du mal einen Apfel. Ja, wo wisch denn, du? Boah, was ein Leck gerade. Gracias. Oh, Gott. Geh mal in meinen Bunker. Ja, ich bin rein. Ich hau ihn auch gar nicht. Kommst du raus. Boah, Leute. Einfach drauf. Jetzt werde ich über die Bunker schlussieren. Oh, Gott. Oh, Gott. Alter, macht das fun, ey. Ja, stimmt. Wir hätten noch was machen können. Das ist so lustig. Es gibt für Minecraft so ein Blut-Bot. Wenn du irgendwas schlägst, dann fetzt er so richtig so Blut raus. Lass mal so, dass da so Beine abgehen und so. Ja, aber das ist schon seit den neun... Nein. Neun Tag. Aber ich glaub, morgen fängt Juni an. Stimmt, morgen ist der 1. Juni. Roffel, Kartoffel. Ja, ich hab die drei Pferden, wenn du willst. Ja, ich hab auch noch einen. Genau den. Ne, drei. Ja, weil der hat mir geholfen, dass genau... Der ist viel schön. Mein einziger Freund auf der Erde. Ja, okay. Ich darf euch vielleicht auch zu meinen Freunden ziehen. Das ist heu. Falls ihr nicht wisst, warum wir lachen. Wir lachen wegen der Wunderhake 5000. Kann es sein, dass ich der einzige bin, der Pfeile in die Kiste einliefert? Das wäre echt krank. Jupp. Flieder. Beeren. Flieder und Beeren. Dünne Zweige. Dünne Zweige mit Blättern. Dünne Zweige mit nassen Blättern. Kies. Steine. Das ist so... Große Steine. Mittelgroße Steine. Amboss. Bienenkörbe. Ziegelsteine. Nee, nee. Tannenzapfen. Tannennadeln. Tannenzapfen. Ziegelsteine. 200 Bleistifte. Haben wir Tannenzapfen schon erwähnt. Wir posten euch den Link in die Videobeschreibung. Das muss man sich einfach geben. Für alle, die ist besser... Oh, dies geht die Tür auf, ne? Post die Tür auf. Ja, ich muss gerade mal Wolle. Drei Steaks bekommen. Ja, okay. Ich gehe erst zur Tür. Hier, mach mal ein bisschen was. Ich habe ein... Oh, shit. Was ist das für ein Lack, Alter? Das ist schon wieder eine Golde. Schwarz. Ausstand. Du dreckige Skeleton, ey. Geh doch weg. Ich will auf meinen Bunk. Oh, Mann, ey. Leute, helft mir doch mal die Drecksviecher hier. Der ist bei mir auch, Frau. Und Lederrüstung. Und Lederrüstung. Die ist jetzt plötzlich auch kurz gesporn. Ich brauche nicht wieder was. Alter. Jetzt maub ich die mal weg. Alter, die sind ja feierlich. Ich glaube, dass wir mal irgendwas machen können. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Guck mir das an, wie dieser ganze Tempel, was da ist. Das ist echt geil. Falls jemand es mit Photoshop saugrauf hat, fände ich es saugeil, wenn er uns so ein bisschen einen Kanalhintergrund oder ein Logo oder so machen könnte. Das wäre richtig geil. Ja, genau. Mir fällt gerade was ein. Mal schauen. Vielleicht können wir da ja mal fragen. Ist das jetzt nicht würdig? Also, er hat zwei Millionen. Ja, ich wollte. Zwei Millionen. Machen wir dann jetzt erstmal eine kleine Pause. Ich habe einen Holzschwert bekommen. Ich schlage da nicht mehr mit Holzschwert an. Ich habe schon wieder eine goldene Hose. Und Kohle. Also, nehmen wir das. Goldene Hose. Eine goldene Hose sieht aus wie voll gepisst. Wenn wir das genug haben, dann können wir uns Kohle brennen. Lenden-Schurz. Ach ja, und ich habe ein Holz. Ey, was machst du denn da? Ne, der Olli, der will sich da hinbauen. Der will das aufmachen. Nee. Hat jemand mal einen Schnitzel für mich? Da, 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 da. Sehr krass, Jas. Wir können eh nichts anderes machen aus einer Craftingbox. Oh, wir können noch mal als Block kriegen, können wir uns dann Hacker machen. Alter, Olli, wenn du das Blaze-Kacke-Ding auch machst. Oh, ey, ihr seid doch so ein Gitar-Kar. Ups. Ich habe hier was kaputt gemacht. Der Staub liegt jetzt da unten. Willst du mal da runter gehen? Ah, hä? Ja, du machst du gleich mal so allmächtigen Mod, gell? Bruce. Bruce allmächtig? Ich muss vielleicht auch mal probieren, so auch nicht, dass du spielst, du bist gespalten, weil, ey, ich habe das, ob du irgendwie keine Ahnung hast, dass du da oben stehen würdest, oder so. Erstmal versuchen, mit der Hand so ein Abwehr zu zermatschen. Ich weiß nicht, wie weit schon, dass es falsch ist. Ich gucke, dass es nicht was für dich. Okay, ähm, mein Helm ist schon wieder fast kaputt. Aber hat er sogar extra Hütbarkeit? Ich entscharn mir jetzt eine eigene. Wie fett, ohne eine echte Treppe gebaut zu gehen.